ZDF getRambo6, ne? Ja. Weißt du wer dabei ist? Nein. Ja denn. Du? Nils? Nils? Hallo? Oh nein, hilf mir bitte nicht. Es wird gesagt, dass Zombieland irgendwas mit Deadpool zu tun haben soll. Ähm, wie bitte? Es wird spekuliert, dass Zombieland irgendwas mit Deadpool zu tun haben soll. Kommt ein zweiter Teil von Zombieland raus, ja? Ja, irgendwas soll mit Deadpool da sein. Bö? Ja. BMW. So, was BMW? Hm. Mercedes. Mercedes. I. Warum, jedesmal wenns BMW heißt, wieso ist das denn immer, ist das? So, einer musst du saufen? Ja, ja. Saskia! Achso, psch, zeig mir Saskia, was ich vorhin gemacht habe. Saskia, der ist ja Fremdian. Ich würde nie, niemals im Leben, Saskia, würde ich ne, ne andere Flasche anfassen. Ich will nur dich. Mein kleines, mein kleines Medium. Hab ich nicht. Nein, einen hab ich nicht. Okay, sagst du, er guckt mich schon so böse an. Ich glaub, ich sollte wegrennen. Ich gucke mir die Bilder an. Hast... Was hast du getan? Da ist keiner. Da will mich keiner. Kapten Gerrind. Kapten Gerrind. Kapten Gerrind. Hast du den Klick gehört? Kapten Gerrind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 schol Pop, 2021 untertitelung des ZDF, 2020 Da kommen zwei rein. Da. Da. In der beste Beschreibung. Treppe? Treppe ist der letzte. Ja. Ich hab ne Küche und ähm, also ich kann Treppe ganz gut gucken und von hinten kann ich auch gucken. Warte, ich sag, wenn sie Küche kommen. Cafeteria, sorry. Ich hab dich gehört, mein Fräulein, du hast zu doller gestappt. Also die haben den, ähm, also wie gesagt, Chester Bennington hat sich, äh, wurde 41 Jahre alt und den hat man, ähm, Dienstag, früh um morgens gefunden. So vor, vor, nee, vor neun Uhr morgen, so. Also du bist schon krank auf jeden Fall. Da hat er eine richtig krasse Stimme da, Junge. Ja, wir raunen nicht. Just on left,ler. Just on left. Ips. Naja. Das finde ich war traurig. Also, hey, vor allem, er hatte, er hatte sechs Kinder von, von zwei Frauen, ne? Der krasse Motorburger. Also, seine, seine, seine Spermien waren fähig. Krass. Jonat, da sind welche. Wo? Auf zu drohen. Nett der gerade aus, wurde gerade einer erschossen. Wüssig. Bin da hingelegt. Ja, die drohenstattende. Der ist ja hochgerannt, ich hab, ich, war da mit, war da mit der Drohne da? Was kommt da von hin? Thank you, Ash. Warte da, thank you. Thank you. Ach, hast gekillt, nee, jetzt nicht. Ne. Wo sind die überhaupt? Ne Ahnung. Archiv? Nee. 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 Oh. Sie nicht Archiv? Nee. Wo? Schatz, mal Großraum oder Visa? Fuck, hier war da einer. Die sind oben, die sind oben. Open Hedges. Was? 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 Verletzt, Double Down. Oh, halt der. Naul. Hier sind oben, Großraum. Ja. Geh da runter, komm. Fickin' hart. Hör. Ja, ich war sowas von auf dem Hed, ne? Ja, Hälfte live, ja, bestimmt. Spawn, geh noch nicht spawnen, 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 spawnen. Lauf. Habe ihn getroffen. Ich, Arthur Hanks. Nein, ach, das war so offensichtlich. Aber ich soll auf einmal diesen Scheiß pieken. Ich kann's nicht. Ja, er steht ja direkt unter mir in der Klasse. Da ist er diese Scheiße. Ich bin so alt, ja, das Level ist so hoch. Ich soll nicht mehr so übermütig sein. Der Fünf-Mann-Gruppe. Also in der Linken-Faktor steht das Fünf-Mann. Ja. Oh mein Gott, war das ein bisschen. Wait, ne? Digga, die Drohne, oh mein Gott. Die hat mich nicht... Oh Gott. Ich hab dir gar nicht zugeguckt. Nicht? Nee. Die Drohne, ne? Das war... Konnt auswischen. Links kommt was, äh, ist der, ja? Ja. Die ist schon da. Oder warte, leg dich hin und weiter besser rein. Boah, hat er aber gerade gelegt, alter. Links, komm. Boah, der hat nur einen Lack, man! Da war der Ace, da war der Ace, da. Da war der Ace. Respekt, Brody. Hast du aufgenommen? Nee, war? Nee. Ja, moin! Thanks for carry. Wie hast du denn? Ja, äh, äh, äh. Ich bin zum Alter! Äh, äh, äh. Du musst jetzt nochmal als Team weiterspielen Ähm, weiter als Team Eröffnet, eröffnet Naja, ne, nie war's Na gut, das war's mit der Folge, tschüss Ne, du nicht Trust me, this is gonna hurt Now that I've been watching her This is my world Can you feel it coming alive? Daylight's turning into the night Locked up for the rest of your life Step it up, get ready to fight